Auf der Suche nach einem Top-Friseur in Bonn geht an einem Salon kein Weg vorbei. Hair & Beauty Hagemann hinter dem alten Rathaus gehört seit 16 Jahren zur Spitze der Haardesigner in der Bundesstadt. In all diesen Jahren konnte und kann Michael Hagemann immer auf zwei Sachen zählen. Auf viel Erfahrung und ein freundliches und kompetentes Team. Mein Name ist Michael Hagemann. Wir sind seit 1992 hier in der Rathausgasse. Wir haben vor 16 Jahren angefangen mit einer Friseurin. Heute sind wir 17. Davon sind zehn Friseure, zwei Kosmetikerinnen, zwei Rezeptionisten und fünf Visagisten. Neben der klassischen Augenpflege wie Augenbrauen und Wimpernfärben ist eine absolute Besonderheit die Wimpernverlängerung durch speziell ausgebildetes Personal. Hier wie im Kosmetikbereich ist dabei die Nähe zum Kunden besonders wichtig. Bei uns im Salon wird Apparativ gearbeitet. Das heißt nicht mit Geräten, sondern manuell, also mit der Hand, da wir sehr viel Wert auf Körperkontakt mit dem Kunden legen. Der Unterschied von Hair & Beauty Hagemann zu anderen Friseuren besteht im Wesentlichen darin, dass der ganze Mensch gesehen wird, also von Kopf bis Fuß. Dies gilt von Haarschnitt, Farbtechnik und Haarpflege über Make-up und Körperbehandlung bis hin zur Maniküre und Pediküre. In jedem dieser Bereiche gibt es Spezialistinnen, die durch ständige Schulungen und Fortbildungen in der Labiostetik-Akademie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Dadurch sind die Mitarbeiterinnen von Michael Hagemann schon in den neuesten Haar- und Farbtrends geschult, bevor sie in den großen Magazinen vorgestellt werden. Alle Friseure, die hier arbeiten, haben bei uns gelernt. Wir stellen jedes Jahr auch zwei neue Auszubildende ein. Die Besten davon behalten wir natürlich. Hallo, ich bin die Claudia. Ich arbeite auch hier bei Michael Hagemann. Bin Friseurin, Kosmetikerin und Visagistin. Wir arbeiten ausschließlich nur mit Labiostetik-Produkten, weil ich auch finde, es sind die Besten, die es so gibt. Und die sind super verträglich. Deshalb habe ich da die größten Erfolge mit bei meinen Kunden und auch bei mir selber. Berufliche Weiterbildung bei uns spielt eine ganz große Rolle. Wir müssen natürlich ständig auf dem neuesten Stand sein. Das heißt zweimal im Jahr mindestens Make-up-Seminare und Haarschneides-Seminare. Und immer natürlich, wenn neue Produkte ins Sortiment kommen, bekommen wir direkt Produktschulungen. Dass es so viele Produkte gibt, ist nicht nur wichtig für den Kunden, sondern für uns, weil so bleibt die Arbeit abwechslungsreich, spannend und macht ganz besonders viel Spaß. Besonders stolz sind wir auf den Titelsalon des Jahres 2007. Wir haben uns durchgesetzt, über 400 Friseure aus dem deutschsprachigen Raum diesen Titel zu gewinnen. Also schauen Sie doch einfach mal hinein. Entweder direkt im Geschäft in der Rathausgasse oder vorab im Internet unter www.michael-hagemann.de Wenn es hier interested ist, gibt es aber die Sendung für Home Просто. Mitbabys ist noch dafür, dass es nicht einfach gibt, um das neue Produkte noch gibt. Vielen Dank.